Ja, meine Damen und Herren, KenBee, die man seit jeher mit den Vorreitern hat. Und heute bin ich ganz stolz sagen dürfen, dass wir diese leitende Vision wieder einmal wirklich leben. Wenn man zurückblickt, erkennt man ganz deutlich, dass viele KenBee-Innovationen, wie zum Beispiel die Infernet-Technologie, den Weg zu neuen Möglichkeiten der Schweißtechnik geben. Aber lassen Sie uns doch jetzt mal durch unseren Icebreaker, durch unsere Spende-Ideen, was wir heute für Sie vorbereitet haben. Wir haben einmal unseren Workshop Nummer 1, Leichtbau-Konsumption. Hallo, unser Schweizer wird die typische Anwendung, typische Materialien vorstellen, wie wir in Leichtbau verarbeiten, wie zum Beispiel unsere neue weiße Schlusslösung zu der CO2-Speisen, von Bündnis oder die Zusatzfunktion, die intelligente White Fusion bei der Verarbeitung von Aluminium. Aber auch das Kämpfen nicht zu vergessen, die Microtect-Funktion wird Ihnen auch präsentiert. Nun schauen wir doch mal weiter, was wir sonst noch für Sie vorbereitet haben. Der Workshop Nummer 2, begleitet von unserem Schweizer Brunel. Hier werden wir eben das Standard-Schweizer-Verfahren für Blink-Mack-Schweißen und für das Elektro-Konsumption vorstellen. Zu bestimmten Anwendungen werden wir von unserem Schweizer Bezüge bearbeiten. Lassen Sie uns doch mal gleich weiter schauen, denn die Bebiet ist noch eine ganze Menge mehr, und zwar am Workshop Nummer 3, unter zwei Sekunden, abend hier der Sekunden-Stand-Mack-Schweizer-Verfahren, Ich sage Ihnen ganz stolz, wir präsentieren unsere Phasen-Ding-X und unsere Pfeil-Zutuschen mit der besten Lösung für Rohrschweißen auf dem Markt. Jeder von uns besitzt heutzutage ein Smartphone oder vielleicht sogar beides. Also, was heißt beides? Ein Tablet und ein Smartphone. Kempi hat Mobile Control entwickelt. Als allererstes auf dem Markt können wir jetzt Thermomobilgerät, unsere Maschinen, konfigurieren. Zusätzlich können wir mit der Phasen-Ding-X die echte Lichtbogenspannung messen. Das heißt, we stoppen guessing, we measure the real arc-voltage. Unser neues Qualitätsmanagement-System RQ und die Zusatzfunktion Tradeability, die wir Ihnen jetzt vorstellen, ist natürlich auch kompatibel für unsere Phasen-Ding-X. Hier wären wir jetzt auch schon beim Übergang zu etwas ganz Neues. Von der breiten Zeit und in die digitale Zeit. Arc-Quality, kurz abjubt, genau, Sie sagen es. Arc-Quality ist kein traditionelles Schweiß-Monitoring-Schweißdaten-Überwachen-System. Nein, es ist ein Qualitätsmanagement-System mit sofortiger Gerichterstattung bei Abweichung von der Schweißanweisung. Ja, wir haben normalerweise eine Basic-Demo, die wir heute um 15 Uhr auch nochmal vorführen. Die findet am Workshop Nummer 3 statt. Nun werden wir Ihnen aber die neuste Funktion von unserem System vorstellen, die zwar eine Traceability-Funktion oder auch eine Schutzverfolgbarkeit. Ja, bevor lassen Sie uns doch erstmal schauen, wie wir mal ein Modellkurssystem absteuern. Wir haben hier unseren zweiten...